Was? Ja, ein Würfel. Boah, dann will ich anfangen. Ha! Ich hab dir gesagt, ich hab 20 gewürfelt. Brick! Soll ich hab's? Okay, zu weg, oder? Noten? Okay. Kosten? Ruhe, Ruhe! Ruhe? Ruhe! Ruhe. Ruhe, Ruhe. Ruhe! Skate. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Okay. 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 Ich steck mich ja immer kleiner und kleiner auf, du Scheiße. Aber hab ich ja immer schon schnell. So! Würde ich rum? Ja. Wirklich ein Dyski in der Tür. Perfekt von Armleising. Das kann ich nicht. Oh mein Gott, ich habe mich nicht. Oh mein Gott, ich habe mich nicht. Das ist so schlimm. Was ist denn dann? Oh mein Gott. Mach du was? Ja. Wir wissen doch, was wir da machen. Wir müssen nachher sehen. Das ist halt von der Ecke. Das ist ein Möbel dran. Ich kriege das unbedingt jetzt mal dabei. Ich habe jetzt was, was wir haben. Perfekt, dann würde ich die auch gerne frischösen. Okay, wir gehen jetzt sehen. Und ich weiß eh. Und welchen musst du? Auch gut. Boah, Gang gibt's eh! Mach! Das ist wirklich speziell. Im Effekt ist es wirklich ein Paktion. Der sagt, dass alle offenen... Und was? Nicht. Alle offenen Monster, die Kontrollist zerstört werden, die alle hier spielen. Dann Metal Wars. 2.5 vielleicht? 2.5? Ja. Ich muss halt ein bisschen überlegen, weil ich hab den gar nichts zu durchspielen. Es war ein Stück glücklich. Nein, durchzuspielen. Ich weiß nicht.